Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Testodeos. Wir werden heute mal testen, ob denn die Auszahlung bei Honeygain funktioniert. Und das machen wir einmal über Tandy und über einen Laptop. Nach dem Intro geht es weiter. Fangen wir mal mit dem Laptop an. Ich habe mich einfach hier bei Honeygain angemeldet, ganz normal. Und wenn ich hier ruf drücke, dann kann ich die 20 Dollar anfordern. So, und beim Handy, da klicke ich ruf. Und dann kann ich auch, hier gibt es auch den Request Payout Button. Da klicken wir mal per Handy ruf. Zack. Are you ready to collect your Earnings of, diese sind sogar mehr, 20 Dollar und 12 Dollar Cent. Dauert ungefähr 2 Werktage, steht hier, und ich werde halt eine E-Mail dazu erhalten. Genau, habe ich bestätigt. Und jetzt steht hier auch schon, die 20 Dollar sind schon auf dem Weg zu mir. Gucken wir uns mal die E-Mail an, per Laptop. Wir sollten also eine E-Mail bekommen von Tipalti. Und also bis jetzt ist noch nichts angekommen. Weder bei Werbung noch woanders. Also ich habe jetzt erstmal auf OK gedrückt. Und dann steht hier schon November der 6. Also heute. Und hier analog zum Laptop. Kann man ja auch sehen. 0. Und wenn ich hier auf Transaction History gucke, klicke, dann steht hier auch, zack, minus. Also auf meinem Konto sehe ich sofort, dass es abgezogen wurde. Auf meinem Honeygain-Konto und auf meinem richtigen Konto, da sollten dann irgendwann in zwei Werktagen dann die 20 Dollar drauf sein. Eine E-Mail ist bis jetzt immer noch nicht angekommen. Na ja, warten wir mal kurz ein bisschen abwarten und dann wird das schon kommen. So, mal kurz abgewartet. Und zwar heute den 11.11. und am 9. November, also am 9.11. am Montag, kam die E-Mail schon an hier. So, ich muss mich bei Tipalti mit diesem Link hier, muss ich mich mal anmelden, registrieren. Meine persönlichen Daten ausfüllen, meine Paypal-Adresse angeben und warten, bis ich die Kohle habe. OK, also klicken wir entweder hier oder hier nehme ich an. Ich klicke hier oben an. Und gebe hier eben mal meine ganzen Daten ein. So, und das war jetzt die Registrierung. Das hat direkt geklappt. Jetzt wollen wir uns mal einloggen. Ja, ja. Ach, komm, ey. Okay, wir gucken mal kurz auf unsere E-Mail-Adresse. Hier steht's Payouts. Willkommen to the Honey Gains Payments Portal. Genau, jetzt klicken wir hier mal auf den Button. Und jetzt locken wir uns mal ein. Ich hab die E-Mail-Adresse natürlich falsch geschrieben. Das ist die Aufregung. So, in welcher Stadt wohne ich? Könnte Deutschland sein? Oder auch Germany? Und meine Telefonnummer. Ich zeige euch natürlich nicht. Wer wohl die hört? So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den Verifizierungscodes denn bekommen haben. Bis jetzt noch nicht. Ich sag mal. Ach. Tja, ich hab jetzt ein bisschen rumprobiert. Und, äh, hmm. Also, an meinem Empfang liegt's schon mal nicht. Und ja, aus Deutschland bin ich. Jetzt ruft mich gerade jemand aus London an. Ja. Drei, vier. Drei, vier. Sehr verrückt. Also, da stand, ähm, ich bekomme ein SMS. Jetzt wurde ich aber angerufen durch irgendeine automatische, äh, naja, das ist so eine Robotertante quasi, hat sich's jetzt so angehört. Und, die hat halt gesagt, bitte geben Sie Ihren Honeygain-Code ein. Und dann hat's ja die vier Ziffern gesagt und die hab ich jetzt eingegeben und, äh, das hat funktioniert. Verrückt. Gut. Also, ein bisschen Geduld mitbringen. Äh, ihr werdet dann wohl angerufen. So. Jetzt, äh, heben wir den ganzen Mist hier nochmal hin. Ich geb euch mal einen Tipp, wenn ihr eure Straße dahin schreibt. Dann schreibt Straße nicht mit SZ. Also, entweder abkürzen. Oder mit Doppel S. Zack. Zack. So, Payment-Methode, Paypal. Payment, also die Währung. Die Währung Euro, E-Mail-Adresse, muss ich jetzt hier ändern. Nehmen wir noch unseren Vor- und Hupala. Scht. Nachnamen ein, stimmt zu. Und hoffentlich bin ich jetzt hier im Verpleite. Dann. You all set, Payments will wie bla bla bla. Bla bla. Bla. Also. Es ist erledigt. Gut. Ich kann jetzt hier wieder zurück, wenn ich möchte. Und, ähm, was ändern, wenn ich das möchte. Ansonsten, also, da muss ich aber auch direkt alles neu machen und so. Hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, die Tatsache auf Deutsch zu stellen. Wir loggen uns aus. Und Paypal ist ja normalerweise ganz flink und ganz schnell. Und deswegen wechseln wir jetzt mal zu unserem Paypal-Konto. So, zack. Einloggen. Anmelden. Noch ist eine Strophe. Hier ist noch die Heldro von Money SMS. Ich will ihn mal aktualisieren. Noch ist eine Strophe. Okay. Langen wir uns wieder aus. Und dann gucken wir mal, ob wir eine schöne E-Mail bekommen haben, dass das jetzt alles geklappt hat. Meine Kontaktdaten und Zahlungsdaten wurden aktualisiert. Und, ja, ist halt gut. Also, ich wartet ja auch. Und, jo. Gut. Na gut. Dann warten wir halt mal noch ein bisschen. So. So, wieder zwei Tage später. Heute haben wir Freikag den 13. Das letzte Video war, soweit ich weiß, am 11. Hier haben wir neue E-Mails bekommen. Einmal, you paid from Honeygain is on the way. Und, den haben wir bekommen am 12. November. Also, jester, Donnerstag. Und hier, das ist viel wichtiger, you've got cash successful payout. 18,72 Dollar Cent wurden ausgezahlt. 15,36 sind das in Euro. Paypal hat mir auch schon das für gesendet. 15,36 Euro hat also funktioniert. Jetzt lagen wir uns nochmal ein. Und genau hier steht es auch schon. 15,36 Euro. Hier steht es Honeygain. Wunderbar hat funktioniert. Und, jo. Also, kann man sie, kann man sie jetzt beschweren, wie man möchte. Funktioniert. Das hat zwar eine ganze Welt gedauert. Mal kurz gucken. Und zwar am 10.06.2020 habe ich es aufgenommen. Heute haben wir den 13.11.2020. Also, kann man sagen, so in etwa fünf Monate braucht man für 15,36 Euro. Ja, dadurch, dass es jetzt so eine Ewigkeit gedauert hat. Und, dass die Auszahlung jetzt doch nicht so easy war, wie man sich das wünscht. Bei Money SMS war es richtig leicht. Und hier war es jetzt tatsächlich schon kompliziert. Ich finde, es hat nur 4 von 5 Sterne. Bloß, es ist richtig gut. 4 von 5 Sterne verdient. Und, jo. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann nehmt ihr den Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Und noch ganz wichtig. Abonniert den Kanal. Denn sonst verpasst ihr die nächsten geilen Videos. Also, wir sehen uns. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.